Du warst nicht vorbereitet! Dann spekulieren wir auch noch ein bisschen über den BVI-Gameplay-Mode, der jetzt dann bald ins Spiel kommt, was das denn sein könnte. Ansonsten haben wir natürlich auch wieder eure Briefe mit am Start, die wir uns zuallererst ansehen. Da sind nämlich wieder einige hier reingeflattert. Oh mein Gott, das geht ja komplett übergrad. Hochku, paar Fragen. Moin Flo, er hätte da mal ein paar Fragen gesammelt. Könntest du mal einen simplen Guide für die Haustier-Dungeons machen, die ich gesehen habe, nutzen fast nur irgendwelche Super-Rare-Store-Collex-Edition-Pads, was es dann noch recht kompliziert macht, ein einfacher Guide mit einfach zu bekommen, wäre vielleicht hilfreich. Ich mache solche Guide-Dinger für Haustier-Dinger auch nicht selber. Die Pet-Battle-Dungeons, wer die machen will, da gibt es Xufus-Pet-Guides. Kannst aber bei Google eingeben, W-O-W Xufu, also X-U-F-U Pet-Guides. Da solltest du normalerweise alles finden. Das sind nämlich für jeden möglichen Pet-Dungeon, gibt es verschiedene Kombos. Da kannst du dann zum Beispiel Encounter 1 draufdrücken und dann kannst du immer, da ist so ein Ding zum Durchswitchen, wo man einfach verschiedene Pads auswählen kann. Aber ja, viele von diesen Fights sind darauf ausgelegt, dass man gewisse Pads hat. Ansonsten muss man sich selber Strategien überlegen, die das Ganze einfacher machen würden. Habe jetzt zumindest nicht vor, dass ich erstmal solche Guides mache. Zweitens, bekommt man die Druiden-Vorlage vom Firak-Mount nur, wenn man es mit einem Druiden-Dick-Drop bekommt? Nein, du kriegst automatisch das freigeschalten. Das heißt, wenn du den, was er meint, ist das End-Boss-Mount von Firak. Und zwar, es gibt ja hier das Mount hier. Und wenn man das Mount kriegt, dann anlockt man mehrere Sachen. Und zwar erstens das Mount, zweitens, auch wenn du es auf einem Nicht-Druiden lotest, kriegst du als Druide die Fluggestalt. Und auch wenn du es auf einem Nicht-Hunter lotest, kannst du als Hunter trotzdem diese Vögel dann in Zukunft zähmen. Das heißt, es spielt keine Rolle, auf welchem Char du das kriegst. Dann, Nummer 2. In Quarta gibt es ja immer mal wieder die Quest für die Transmog-Teile, die jeweiligen Pakte. Kann man da irgendwie tricksen, beziehungsweise sehen, welche Quest-Mog-Teile haben, sodass man dann immer zu dem jeweiligen Pakt wechseln kann? Leider nein. Da hilft nur mehrere Chars haben, die extra alle die verschiedenen Pakte haben und dann immer anreden und schauen, ob es gerade da ist. Da gibt es leider nicht wirklich eine Alternative. Früher wurde das aktiv auf Wowhead gepostet, aber das dürfte heutzutage nicht mehr der Fall sein. Da hilft in dem Sinne leider nur nachschauen dann, wenn die jeweiligen NPCs da sind. Du siehst ja immer, welche NPCs da sind. Wenn Ventier da sind, also diese Ventier-Gestalten da sind, dann kann es sein, dass da was ab ist. Wenn welche von Bastion und Nightfade da sind, dann kann es dort sein, dass jeweils was ab ist. Aber wie gesagt, ist natürlich nicht garantiert. Viertens kann man bei All The Things Dinge manuell als abgeschlossen anzeigen. Mein Main zum Beispiel ist Kul-Tiraner Todesritter, hatte demnach einen anderen Starter, hat dennoch wie den östlichen Pestlern den normalen DK-Startquests angezeigt, die ich halt nicht machen kann. Das nervt einen wenig. Du kannst immer Chart-Tracking halt jeweils. Du hast halt hier Optionen, All The Things und bei All The Things selber unter General kannst du halt anzeigen, was er halt machen soll. Also geht es über den ganzen Account, dann kannst du an Account-Modus, soll es nur auf den jeweiligen Chars sein, dann kannst du halt nur den jeweiligen Chars. Schade, machst halt das aus und so weiter und so fort. Und dann kannst du es ein- oder ausschalten, aber anzeigen tut er dir halt alles, was du schlussendlich nicht gemacht hast auf dem Account oder Charakter, je nachdem, was gerade eingestellt ist. Nonna Juice, der hat die Wahnsinnige Teil 1. Lieber Shami, auch ich las mir nicht nehmen, dir vorab für deine stets hilfreichen und unterhaltsamen Content zu danken. Mach weiter so, Dankeschön. Ähm, ich hab mich gefragt, ob du mal ein aktuelles Update in Sachen Titel der Wahnsinnige machen könntest. Ich bin mit meinem Main zurzeit ehrfürchtig bei Rabenhold und die Blutsegelbukaneere habe ich auch erledigt. Gegenüber dem Dampfdruckkartell bin ich aufgrund der Blutsegelbukaneere Hass erfüllt und ich weiß nicht, ob ich die jetzt wieder auf ehrfürchtig bringen muss. Zusätzlich peinlich auch nicht ganz, wenn das mit den Chandra-Lah in Düsterbo funktioniert. Wäre ja echt nice, wenn du deinen Guide erstellen könntest. Das wird schon seit Jahren gefragt. Ich hab schon vor Jahren Ja gesagt und ich hab's immer noch nicht gemacht. Deswegen musste ich gerade lachen beim Insane Guide. Ähm, TLDR, also Kurzzusammenfassung für das Ganze ist, Chandra-Lah wird nicht mehr benötigt. Das war nur zu WOTL-K der Fall, die wurden dann rausgenommen. Blutsegelbukaneere und Dampfdruckkartell muss nicht gleichzeitig oben sein. Man farmt zuerst die Blutsegelbukaneere und dann farmt man die Goblins wieder nach oben. Es ist möglich, beide oben zu halten. Würde ich nicht empfehlen, gerade wenn du nur den Titel haben willst. Es ist nämlich bei weitem mehr Aufwand. Deswegen einfach nur nach Beutebucht gehen. Dann gehst du hier rein und auf deinem Charakter bei Ruf. Und dann scrollst du halt runter und gehst bei Beutebucht hier als im Krieg. Und dann kannst du dort die NPCs killen. Äh, gerade wenn du nicht in Chromie-Time bist, die sind Level 30. Da one-hitest du alles. Da rennt es einfach die ganze Zeit runden und killst mehr oder weniger alles. Kannst auch in der Gruppe machen. Ähm, dann geht das nochmal ein bisschen fixer, den ganzen Ding nach oben zu farmen. Äh, ich hoffe, das konnte dir halbwegs helfen dabei. Ähm, dann Arvid, neuen WoW. Moin Flo, ich bin neu hier und habe mir Dragonflight gekauft. Mein Main habe ich bis jetzt auf 63 gelevelt. Dank deiner Videos komme ich ganz gut durch. Meine Frage. Ich habe ja noch einen 70er Boost offen. Wenn ich den für einen anderen Char nutze, schalte ich damit dann die Weltquest in Dragonflight frei? Oder muss ich die Story trotzdem durchquesten? Wenn ich questen muss, level ich lieber den Main. Das weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Boost immer funktioniert. Ich würde prinzipiell niemandem empfehlen, den Boost zu benutzen, wenn man jetzt selber mindestens einmal einen Char hochgelevelt hat. Das wäre immer meine Empfehlung. Aber ich glaube, dass es durch ist, weil man hat ja auch die Ruhmstufen gleich auf 20, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Grazie. Main-Teil. Hey Flo, ich hätte mal eine Frage an dich. Ich spiele noch nicht so lange WoW und habe daher mal in jede Klasse reingeschaut, um herauszufinden, welche mir am meisten Spaß macht. Dabei bin ich bei Schattenbräser und Treffsicherheitsjäger hingeblieben. Nun kann ich mich allerdings nicht entscheiden, welcher mein Main werden soll. Denn vom Spaßfaktor her bereiten sie mir beide viel Freude. Da ich meinen Gameplay verbessern möchte, würde ich mich gerne erstmal auf einen festlegen. Da meine Frage an dich, hättest du noch weitere Tipps außer der Spaßfaktor, die mir vielleicht mit meiner Entscheidung helfen könnten? Nett wirklich. Wir nehmen mal die anderen zwei Briefe hier ganz kurz mit. Ähm, nett wirklich. Also mir fällt jetzt spontan gerade nichts ein, wo ich sagen würde, das würde es dann halt nochmal bei Weitem angenehmer gestalten. Bei mir ist es halt einfach, worauf ich mich im Moment gerade irgendwie mehr fühle. Und dann probiere ich halt damit rum. Aber ich weiß schon, was du meinst, wenn du halt versuchst, dann auch besser zu werden mit der Klasse. Ist es halt ein bisschen blöd. Ähm, ja, da bleibt dir nur die Qual der Wahl, würde ich mal fast behaupten. Und dass man da halt ein bisschen rumprobiert, was einem halt im Moment ein bisschen mehr zusagt. Ansonsten muss man halt irgendwie versuchen, beides gleichzeitig zu lernen. Ähm, was jetzt ein bisschen blöd ist, weil halt Shadow Priest und der Gute, komm ich da raus? Oh mein Gott. Weil jetzt Shadow Priest und der Gute treffsicherheitsjäger sich nett gerade wirklich ähneln vom Playstyle, mehr oder weniger. Äh, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, das Ganze dann anzugehen. Also, vielleicht hat ja jemand in den Kommentaren nochmal einen Tipp für dich. Aber wie gesagt, ich würde einfach irgendwas picken dann, wenn ich mich gar nicht entscheiden kann. Dann nimmst du halt die Münze, machst, äh, Kopf oder Zahl. Und dann entscheidest dich halt darüber, was dir gerade mehr oder weniger am besten gefällt. Und was dir da, ähm, äh, ja, was du da gerade spielen solltest. So, dann gehen wir weiter. Moin Flo, ich möchte meinen Hunter, den Hero und Mythic Bogen von Raser gefarmen. Zwei Fragen hierzu. Wenn ich nur das Gewölbe raide, habe ich dann, äh, hier Items in der Vault? Nein, äh, mit Season 4, habe ich gehört, kann man die Raid Items kaufen. Denkst du, dann könnte man die beiden Bögen auch eher traden. Mit Season 4 kannst du die einfach kaufen. Ich würde, da reden wir gleich noch drüber. Deswegen habe ich schon ein bisschen angeteast am Anfang. Ähm, danke zu Ehren opfer ich dir meine Augen. Das ist nicht gut. Äh, hoffe, du hast eine Fritzchenbox. Weiß ich gar nicht. Ähm, würde ich nett machen momentan. Nächste Season kannst du diese Waffen T-Mocks einfach kaufen. Lohnt sich jetzt gar nicht, da irgendwie Zeit rein zu investieren. Außer, du kommst durch Zufall irgendwo in so einen Raid rein. Aber die kann man weder noch aus der Vault kriegen. Das einzige, die einzige Möglichkeit ist, dass du sie gedroppt kriegst. Auch aufwerten funktioniert leider dort noch nicht. Leider gab's das auch noch nicht. Ähm, hallo Shami. Hatte dir schon mal vor geraumer Zeit nach Rat gefragt? Und deine Antwort bezüglich der Wartezeit des BGs war mir einleuchtend und hilfreich. Ich habe da mal eine weitere Frage. Und zwar, wenn ich leidenschaftliche BVB-Spiele, aber kein Hardcore-Zucker, der alles kennt. Somit meine Frage, woran erkenne ich eine Pre-Made-Gruppe? Vielen Dank dir schon mal, mach weiter so von Krulli. Ähm, ich meine, Pre-Made-Gruppen erkennt man meistens, weil wenn du jemanden anvisierst innerhalb vom Game, dann siehst du immer so einen, wenn er in einer Gruppe ist oder Gruppenanführer ist, dann hat er so über seinem Porträt hier, hat er so ein kleines Krönchen. Daran erkennst du halt, dass er Gruppenanführer ist. Das heißt, er ist nicht alleine in dieses BG reingejoint. Das heißt, er gehört schon mal zusammen. Ich denke, was du eher meinst, ist, woran erkenne ich Pre-Mades? Das ist wahrscheinlich im Epic-BG. Weil im epischen Schlachtfeld, dann kommt es sehr oft vor, gerade wenn die Season sich dem Ende zuneigt. Können wir nochmal kurz ein bisschen ausholen. Ähm, dann kommt es sehr oft vor, dass man dort gegen Pre-Mades spielt. Das heißt, gegen Leute, die halt, da gibt es Communities, da kann man beitreten, da gibt es so komplette Riesen-Communities. Manche kommt man schwer rein, manche einfacher. Und die machen nichts anderes, die machen mehrere Fünfer-Gruppen und dann melden die alle zeitgleich an und schauen einfach, wer reinkommt. Und dann haben die halt quasi zwei Leads dann in den verschiedenen, weil nicht unbedingt alle ins selbe BG dann immer reinkommen. Und dann wird halt mehr oder weniger das BG darüber gemanagt. Das erkennst du daran, ähm, dass du komplett überfahren wirst im BG. Also, das ist nicht so ein, ähm, oh, wir spielen alter Raktal und wir haben gerade so, ähm, den Turm nicht halten können, sondern das ist ein, die zergen dich an allen Fronten zurück, denn deren Ziel ist es immer, quasi niemanden irgendwo durchzulassen, sondern die ganze Masse zurückzuschieben, solange bis sie nur noch auf einem Friedhof spawnen können und dann farmen sie dort mehr oder weniger Honorable Kills, also quasi ehrenhafte Siege und das ist mehr oder weniger das Ziel. Das machen halt Leute, die halt zum Beispiel Ehre farmen, also Ehre für die Rebots farmen wollen oder so. Da gibt es halt mehrere Gruppen, die das immer machen. Ähm, und dann gibt es halt Leute, die es einfach enjoyen halt in so Pre-Made-Stuff, aber da kommst du meistens nicht rein, so wie in Pandorias-Gruppe oder so. Da kommst du nicht rein, wenn du nicht irgendwie Multiklad oder sonstige Sachen vorweisen kannst. Äh, da sind halt dann die richtigen, richtigen Schwitzer-Gruppen. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, daran erkennst du es eigentlich, du wirst halt einfach komplett gestorben, das ist nicht so ein Easy-Lose, sondern, äh, meistens kennt man es dann später an gewissen Namen und Co. von gewissen Leuten, die man halt öfter sieht. In einer kleineren BG, so ein Zehner-BG und Co., erkennst du es halt nur am Krönchen und erkennst es halt ein bisschen so am Playstyle, wie sie spielen, ähm, da sie halt zu koordiniert miteinander umgehen, ähm, was in einem Random-BG natürlich auch manchmal der Fall ist, wenn sie komplett random sind, aber in den meisten Fällen ist es halt dann, äh, sehr, sehr deutlich, dass es halt, äh, sich um eine Premade handelt. So, jetzt kommen wir zu den Changes in Season 4. Darüber haben wir im Stream schon ein paar Mal geredet und hat sehr viele Leute interessiert, denn Season 4 befindet sich jetzt auf dem PTR. Nochmal, der PTR steht für Public Test Realm, also öffentlicher Testserver. Jeder kann dort frei zugänglich drauf. Ähm, ihr braucht euch dazu einfach nur den PTR herunterladen innerhalb vom Battle.net. Klein und könnt dort jederzeit rumprobieren. Ähm, man kann dort Charaktere rüberkopieren, das heißt, es wird einfach eine Kopie erstellt von deinem Char, dann kannst du mit dem rumprobieren, ähm, und kannst dich dort einfach umschauen, was gerade so geändert wurde. Ähm, was ist denn in Season 4 jetzt neu? Denn Season 4 ist Patch 10, 2, 6, auch wenn der eigentlich schon live ist, ist es ein bisschen verwirrend. Man kann es, wie gesagt, als zwei Patches sehen, weil der erste Part war ja quasi Plunderstorm, also ein neuer Spielmodus, und der zweite Part ist ja dann der BVE-Part davon. Erstmal. Und der BVE-Part von dem Ganzen ist ja, äh, dass man hier dann, ähm, Season 4 hat, also quasi eine neue Season nochmal. Jetzt haben wir aber eine große Änderung, die man zuerst erklären sollte, bevor wir da über die anderen Dinge reden, denn das ist eine Fated Season. Wer zu Shadowlands noch nicht gespielt hat, doch vielleicht pausiert hat, jetzt erst wieder angefangen hat, bliblablub, ähm, der kennt das vielleicht nicht, denn Fated Season werden jetzt dazu benutzt, um zu überbrücken bis zum nächsten Add-on. Früher haben sie einfach gar nichts gemacht, wie zum Beispiel nach ICC, also in WOTLK, nach Kataklesen bei Dragonsoul, nach Siege of Wargrimmar, äh, das waren ja die längsten Patches mit über 300 Tagen, also fast ein Jahr ohne Content-Patches. Heutzutage schauen sie natürlich, dass sie das ein bisschen besser aufteilen, und jetzt haben wir halt am Ende vom Add-on haben wir eine Fated Season. Fated Season bedeutet, sie läuft anstatt den üblichen 6 Monaten nur 4 Monate, ähm, dann zusätzlich bedeutet das auch, dass das Gearing und alles noch schneller ist. Dabei sind wir bei Dragonflight in Season 2 und Season 3 so schnell an Gier gekommen wie überhaupt noch nie. In Season 4 geht's noch schneller. Nur schon mal TLD, ja, falls ihr mehrere Twings spielen wollt, perfekte Season dafür. Ähm, dann haben wir noch ein Change, und zwar bei der Fated Season kommen mehr oder weniger alle alten Sachen zurück, und zwar vom jeweiligen Add-on, das heißt, Gewölbe der Inkarnation, Aborus, als auch Amir Drassil stehen dann als Raids zur Verfügung für aktuelles Gier. Und, äh, die aktuellen Dungeons, das heißt, diese 8 Dungeons sind dann Mythic Plus, und Dämmerung der Ewigen ist raus aus Mythic Plus, wird aber auch geaptetet für Mythic Plus Null. Ich mach noch ein extra Video, wo ich das mal alles zusammenfasse. Ich will allerdings noch ein bisschen warten beim BTA, bis sie ein bisschen weiter ausgeholt haben, gerade was Open World Stuff angeht, weil, ich weiß, meine Videos kommen dann meistens später, macht aber, wie so aussieht den meisten eh nix aus. Ich mag das immer gern, wenn das komplett ist. Ich hab da irgendwie so ein Fable für. Vielleicht ist das Perfektionismus oder so. Ähm, aber das ist schon mal so das Grund-Theme von der Season. Ähm, jetzt haben wir mehrere Änderungen dabei, die wir schon mal angeschnitten haben, weil wir ja schon mal darüber geredet haben, über die Dungeon-Änderungen, die wir ja mehr oder weniger im Game mit dabei haben, ähm, mit Season 4. Und da kommt schon das Größte, und auch, woraus man eigentlich schon aus Feedback schließen konnte. Denn, wir können mal ganz kurz zurückgehen, zu den anderen Themen, und zwar wissen wir, dass WoW momentan auf einem sehr stark steigenden Ast ist, durch Season of Discovery, als auch durch sehr gute Performance von Retail. Denn wir wissen ja auch unter anderem, dass Retail die beste, äh, Performance hat nach dem Release. Also quasi, Release hat meistens gute Performance, und danach geht's meistens bergab, und Retail, sein Dragonflight, hat die beste Performance quasi, was langanhaltend ist, ähm, was halt Retention, also, wie lange der Spieler dabei bleibt quasi, bedeutet. Okay, jetzt lass mich ganz kurz, die sieht gerade, ist ja ich gerade meinen Faden verloren auch. Ähm, wo waren wir gerade dabei? Ach so, das mit dem, am aufsteigenden Ast gerade, und, äh, das hat nur, oder beziehungsweise, daran hat Blizzard mehr oder weniger erkannt, dass es, daran liegt unter anderem, nicht nur an allgemeinen Dingen, sondern unter anderem daran liegt, ähm, dass es, äh, das Content leichter geworden ist. Wim, wenn, was vielen aufgefallen ist, ähm, der gute Raid, also hier, Amir Dressil, war bei Weitem leichter, als Arboros und Gewölbe. Das war nicht durch Zufall, sondern sie haben gesehen, dass Leute halt, das als zu schwer empfinden. Das ist halt mittlerweile so. Leute wollen halt einen leichteren Einstieg in das Ganze. Gleiche bei Mythic Plus. Mythic Plus, die Season, ist bei Weitem leichter, als schon lange Zeit davor. Und warum können wir das überhaupt nachvollziehen? Und zwar ist Season 3 von Dragonflight, die meistgespielte Mythic Plus Season, seit Legion. Das heißt, seit Mythic Plus eingefügt wurde. Noch nie hatten wir so viele Spieler, wie jetzt in Season 3. Und das wahrscheinlich, weil es einfacher wurde. Leute konnten leichtere Ziele erreichen, hatten Spaß daran, dass sie Charskieren, und so weiter und so fort. Und daran wird jetzt dann weiter aufgebaut, nur damit ihr meinem, meinem Gedankengang gerade folgen könnt. Denn, was passiert jetzt in Season 4? Season 4 sorgt dafür, dass die, ähm, dass der Unterschied zwischen High-End-Gear, also High-End-Spielern, und Low, äh, also Spielern, die Lorien konnten, das Spiel nicht mehr ganz so groß war. Früher sah das so aus, und jetzt wird es quasi enger zusammengeschoben. Äh, wie darf ich das verstehen? Und zwar, wenn er in Zukunft Dungeons lauft, wie zum Beispiel Akademie oder sonst irgendwas, dann hat hier, NHC, also wenn wir jetzt auf Normal gehen, waren, ich, hab die Zahlen gerade aus dem Kopf, also in etwa, ähm, dann ist NHC-Loot circa 470, dann HC ist 480, Mythic 0 ist 493, und Mythic plus 2 fängt bei 496 an. Beim Schwierigkeitsgrad hat sich natürlich auch ein bisschen was getan. NHC bleibt genau gleich, HC wird ein bisschen schwerer, Mythic 0 wird jetzt mehr oder weniger so gehandhabt, wie die Mega Dungeons, also wenn er zu einem Zeitpunkt gespielt hat, wo ein Mega Dungeon implementiert wurde, wie Dämmerung der Ewigkeit, oder halt Mechagorn, Karazhan, was auch immer in vergangener Zeit, die sind am Anfang immer ein bisschen schwerer, und fühlen sich mehr Rewarding an, weil es bessere Sachen gibt. Und das ist jetzt ziemlich gleich für Mythic 0. Das heißt, Mythic 0 ist jetzt nicht so viel schwerer, aber, ähm, Bossy leben ein bisschen länger, du musst ein bisschen gezielter spielen, du kannst nicht ganz so durchstompen, und dadurch gibt's dann auch besseren Reward. Das heißt, für Leute, die jetzt nicht draufstehen, Mythic bloß gegen Timer spielen, und sich halt das nicht unbedingt mögen, weil sie einfach so nicht unter Stress sein wollen, und das eben ein bisschen so nach ihren Sachen angehen wollen, dann kann man das jetzt mehr oder weniger durch Mythic 0 machen, und durch Mythic 0 hast du's halt ein bisschen gechillter, was das Ganze angeht. Äh, wo ging's hier jetzt weiter? Warte, ich wollte hier, Rom der Dracheninsen, glaube ich, war das. Ich wollte hier mit der Kampagne weitermachen. Ähm, das heißt, genau, da ist er. Äh, das heißt, es wird ein bisschen leichter, dort quasi an Gear zu kommen, und das gilt nicht nur für Mythic Plus, oder jetzt halt, ähm, das gilt nicht nur für Mythic Plus, oder jetzt für die normalen Dungeons in sich, sondern auch Open World wird gebufft. Open World Gear von Quests ist dann, ich seh mir hier grad, ich mein, jetzt ist es noch lower, weil ich nicht Max Level bin, aber wenn du Max Level bist, dann ist es in Zukunft 454, und, alle Events werden gebufft. Das einzige, was am BTR bugt war, oder nicht richtig war, war Zagalekhöhle, war komplett draus. Weiß nicht, ob das geplant ist, weil das war in Season 3 auch schon nicht wirklich gebufft, deswegen, schauen wir, ob sie das wieder vergessen haben. Ähm, aber sie haben alles andere auch gebufft. Das heißt, Traumsprung gibt 480 Item Level, für die Kokos, die man holen kann. Die ganzen Events hier in, ähm, Faldrasus hier, mit Zeitrissen, alles wurde gebufft, bis zum Gehtnettmehr, und Leute kriegen dort bei Weitem besseres Gear raus. Das heißt, nett, dass du dich jetzt nicht abheben kannst, wenn ich besser spiele, natürlich, du kannst, du hast immer noch höheres Item Level, logischerweise, wenn du besser spielst, aber diese, diese Distanz zwischen den zwei Spielertypen ist nicht mehr so hoch, und dadurch ist der Einstieg bei Weitem leichter, für viele Leute. Dann gilt das natürlich auch für LFR, denn die LFR Schwierigkeit, wird natürlich auch angepasst, ich glaube, wir müssen das hier einmal usen, die LFR Schwierigkeit wird natürlich auch angepasst, und das gilt für alle drei. Wir wissen noch nicht, wie sie das Faded Ding handeln, oder, ähm, erweckt heißt es dieses Mal, ähm, da ist so ein Kristall dabei, und einer von den drei Raids ist immer abwechselnd aktiv, am BTR aktuell, vielleicht sind auch alle aktiv, ähm, ich tippe mal, dass nur einer immer aktiv ist, aber am BTR konnte man sehen, dass zum Beispiel am Mirdrasil, ähm, das Item Level gilt für alle Raids, ist genau gleich, äh, LFR war 480, glaube ich, NHC war 4... 93, HC war glaube ich 506, und Mythic war 515, glaube ich. Ähm, damit konnte man dann also auch nochmal natürlich gieren, und kann es natürlich auch wieder dran arbeiten, halt die Raids zu klären, und dort dein Stuff durchzumachen. Die Set-Bonis, das war auch eine Frage, die im Streambar mal aufgekommen ist, ihr könnt das aktuell schon sehen, ne, Schlagzeuge, Sets, und dann seht ihr hier oben schon, das Aussehen, als auch quasi, ja, Start-Item, beziehungsweise Set-Bonis, also was nächste Season war Set-Bonis. Das hat ja die Community, also unter anderem auch ihr wahrscheinlich, gevotet, was für einen Set-Bonis ihr haben möchtet, nächste Season, und was für ein Aussehen. Leider fügen sie keine neuen Farben ein, aber das ist ein anderes Thema, jetzt reden wir nur so gameplaytechnisch, was da geändert wird. Und zwar, ähm, die Tokens, also, weil es ja natürlich auch Set-Tokens gibt, ihr seid einfach, es gibt ein neues Token, das droppt einfach in allen drei Raids, kann man einfach diese Set-Tokens wieder umwandeln. Ansonsten gibt es natürlich auch den Katalysator, wo man Sachen umwandeln kann. Doch warum habe ich jetzt gesagt, man kommt noch schneller an Gear? Und zwar erstens, man hat natürlich die Möglichkeit, dass man halt durch das, durch die neuen Raids, durch die Faded Dungeons und so weiter, und auch durch Open World, gleich schon mal viele Sachen ausbessern kann, am Anfang nächster Season. Das heißt, man hat da schon so einen derartigen Jump, wie man schneller an Gear rankommt. Äh, weil, was haben wir momentan, Max-Item-Level, wenn wir 4ak schauen, sind wir hier bei 4,96. Das heißt, wer jetzt noch nicht gerade 4,80 ist, kann nächste Season einfach Open-World-Content machen, und kann da schon ziemlich aufholen, und dann können wir es halt Mythic 0 machen, und bis halt schon über 500 Item-Level dann gleich, mal, wenn du ein paar Sachen noch aufwertest von dem Gear. Das war es jetzt aber noch nicht ganz. Ne, jetzt kommen wir erst zu den eigentlichen Systemen dann, in Season 4. Und zwar haben wir mit Season 4 wieder das DINAR-System. Das sind so Münzen, die man holen kann. Äh, diesmal sind es so Bronze-Bahn, oder so irgendwie heißen die, äh, und diese Bahn kann man dann hier drüben, und zwar, wenn ihr hier, ähm, beim Bronze-Enklave, geht es hier unten rein, da stehen dann mehrere Händler drinnen. Und bei diesen Händlern könnt ihr euch dann hier kaufen, und zwar Schmuckstücke, jegliche, äh, Items aus dem, aus den drei verschiedenen Raids von Dragonflight, die Effekte haben, wie zum Beispiel der Hals von, äh, Volkoros oder sonstiges, oder irgendwelche Waffen, wie zum Beispiel der Bogen für Hunter von Rasergev, und so weiter, die kann man einfach kaufen, für diese Bahn. Was wir zum Zeitpunkt von meinem Video hier noch nicht wissen, ist, wie wir an diese Bahn kommen. In Dragonflight war es so, dass man halt, äh, quasi Content gespielt hat, und für Content, den man gespielt hat, äh, innerhalb vom Raid, muss es gewisse Anzahl an Bosse legen, und dann hast du halt drei Münzen insgesamt bekommen, und konntest du dafür gear holen. Es sieht so aus, als wären die Münzen unlimitiert, nächste Season. Momentan. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber das werden wir jetzt erst in den nächsten Pages dann sehen. Als wären diese Münzen unlimitiert. Denn, es gibt dort nicht nur gear zu kaufen, sondern es gibt dort auch kosmetische Gegenstände zu kaufen. Und zwar, ihr könnt, wie gesagt, erstens, jedes, jede Waffe, Schmuckstück, was auch immer. Sagen wir, ihr spielt Fury Wachi nächste Season, dann spielt er Legendary, plus zum Beispiel, ähm, das Zweihandschwert von Neltario, und was man dann halt picken kann. Also hier, gute alte Aschkandu, auf Max Item Level könnt ihr euch dann gönnen. Und, die Items, die man mit den Münzen holt, fangen bei Item Level aus NHC an, haben aber, anstatt wie zum Beispiel, wenn wir jetzt aktuelle Sachen hier schauen, die haben halt dann nicht irgendwie, so ein, so ein Aufwertpfad von, ja, das kannst du viermal aufwerten, sondern du kannst die zwölf oder vierzehnmal aufwerten, wenn es zum Beispiel das Firak Trinket ist, was ja zum Beispiel Max Item Level dann wäre, das kannst du dann vierzehnmal aufwerten. Das heißt, du kannst es dann komplett aufs maximale Item Level aufwerten, und kannst die damit bis Trinkets, bis Waffen und so weiter holen, und kannst das natürlich dann mit Gearing nochmal beschleunigen. Ich komme hier nicht voran beim Quest, weil ich so im Labern drinnen bin, die ganze Zeit, es tut mir leid. Manche Leute sind der Ansicht, ich will hier mit Absicht nicht Max Level werden, und ich versuche mein Bestes. Jetzt juckt die Nase. Dann, was haben wir für Cosmetics am Start? Und zwar haben wir ja, wie gerade schon erwähnt, für die Bahn kann man nicht nur Gier kaufen, sondern du kannst jede Transmog-Vorlage aus den Raids kaufen, aus, für Waffen, sei gemerkt. Das heißt, egal ob Gewölbe der Inkarnation, Abarus oder Amir Drassil, egal welcher Schwierigkeitsgrad, äh, Schwierigkeitsgrad, LFE, erinnert sich, HC, Mythic, ihr könnt die Waffen dort drinnen alle kaufen, als Transmog-Vorlage. Ihr wolltet das als Jäger schon immer mal hier den, den Bogen hier, unbedingt in Weiß, oder vielleicht aus Normal, hier in Gelb, könnt ihr euch kaufen. Ein Bahn, Bogen, T-Mog gehört euch, könnt ihr euch abholen, und das gibt es für, wie gesagt, jede Waffe aus all diesen drei Raids, aus allen Schwierigkeitsgraden, finde ich extremst geil, äh, dass sie das adden. Das ist wirklich nochmal so ein Anreiz, dass man das holt. Jetzt ist nur die Frage halt, wie kommt man an die Bahn? Meine persönliche Hoffnung, was diese Bahn betrifft, ist, dass man diesmal sogar nicht mal dafür raiden muss, sondern einfach nur Content irgendeiner Art abschließt, egal ob BVP, Mythic Plus, Open World oder Raid. Ja, meine Meinung kann sein, dass es wieder so drauf ausläuft, dass es halt einfach nur Kill 10 Raid Bosse und dann kriegst du das. Kann natürlich auch sein. Werden wir dann sehen, was sie da für eine Änderung fahren. Wie funktioniert das nächste Season mit den Funken? Äh, wobei, einen Reboot haben wir noch drinnen, der sehr kontrovers ist momentan, und zwar die Schleimkarte ist drinnen. Äh, äh, wer ist da nochmal? Jigglesworth? Genau. Den haben sie re-edited. Kostet drei Münzen von dem Fated Raid und dann kann man sich die Karte nochmal holen. Streiten Leute gerade ein bisschen drüber? Ich finde es auch nicht geil, ich bin kein Fan davon, wenn man so Sachen immer re-edit. Ähm, aber, ja, das kann man dann auch nochmal nächste Season holen. Und dann gibt es halt, wie gesagt, das Fated Mount. Nächste Season ist hier die Schlange einmal. Das heißt, wenn man alle Raids im NHC cleart, dann gibt es hier diese Schlange und die kann auch schon Dragon Riding. Das heißt, wenn man die haben will, muss man alle drei Fated Raids im NHC einmal clearen. Kann man sich auch nochmal abholen. Dann kommen wir nochmal weiter, und zwar zu den Splittern, also den Crafting Splittern. Wie kommen wir denn die neuen Funken? Die Funken kann man ganz easy holen, wurden sogar jetzt schöner angezeigt, und zwar von der Quest hier unterstützt das Abkommen. Kann man annehmen, ein von drei Sachen aussuchen, was man machen will, äh, und dann musst du das abschließen. Das ist ein bisschen ausgeweitet worden, das heißt, wenn ich jetzt mich für den Traum entscheide, was muss ich dann machen? Ich muss einmal Superblumen spielen, drei Saaten pflanzen, muss hier, wo, ähm, der Traumsprung ist, ein paar von den Traumsprung-Dingern sammeln, und ich muss einmal den Traumsprung beenden. Das war's, dann kriege ich eins und einen Splitter. Für BVP ist es jetzt auch übersichtlicher, und zwar für BVP gibt es die Splitter von der Weekly Quest, das heißt, die man hier drinnen annimmt. Das sieht man auch wunderschön in der Quest jetzt beschrieben, dass diese Quest einen Splitter gewährt für das Crafted Gear, das man abholen kann. Für BVP haben sie sonst noch nichts gesagt. Ich hoffe, dass bei BVP auch das Gearing beschleunigt wird, weil das wäre sonst wieder ein bisschen kontraproduktiv. Was meine ich damit? Und zwar, mir persönlich wäre es einfach cool, wenn Conquest Gain schneller wäre. Also, am besten gleich 100% Buff für 100% mehr Conquest, damit man in BVP ebenfalls schneller an Gear rankommt, wenn es schon eine Season sein soll, in der man generell dann Spaß haben soll. So, sollte ich nicht da oben noch mal eine Quest kriegen? Oder bilde ich mir das gerade ein? Wo ging die Story dann hier noch mal weiter? Weil das war hier nur einmal, das war die Orientierung, das interessiert uns nicht. Das ist auch die falsche Quest, die wollte ich auch nicht haben. Warte, wo ging meine Main Story noch mal weiter? Bin ich gerade verloren? Ich glaube, das war das hier. Genau, das war, oder? Ne, das war mit, ne, das ist die Funken Quest. Warte, wo ging die Quest hier noch mal? Das ist sie nicht. Das ist die Weekly Quest. Das interessiert uns auch gerade nicht. Geht die oben weiter? Spiele ich gerade? Komplett verloren. Ah ne, warte, ich hab das schon. Oh mein Gott, Alter. Komplett verloren im Questen gerade, weil ich so im Laverschwall bin nebenbei. Irgendwas wollte ich noch aufbringen. Ich hab gerade irgendwie den Faden verloren. Irgendwas wollte ich noch aufbringen. Achso, Dungeon-Änderungen. Und zwar, ich hab mich selber nicht damit auseinandergesetzt. Okay? Sag ich nur schon mal vorhinein weg. Ich weiß nicht, ich kenn die Dungeon jetzt nicht so gut in Dragonflight. Ich war da nicht so der Mega-Fan von. Aber, was ich gehört habe, Blizzard hat diese Dungeons massiv verändert, was Mobs und Fähigkeiten und so weiter drinnen angeht. Und was ich gehört habe von Leuten, die Mythic Plus sehr enjoyen und diese Dungeon aktiv verspielen, dass die Changes wirklich, wirklich geil sind. Das sind so Sachen, also das sind wirklich massivere Dinge, wo sie in Praktifällen haben sie komplette Mob-Typen entfernt und gegen halt andere ersetzt, weil die irgendwie so zu umgänglich waren, um damit umzugehen. Boss-Fähigkeiten rausgeflogen, Dungeon-Prozente geändert und so weiter und so fort. Also alles in allem haben sie diese ganzen Dungeons bei weitem angenehmer aufgebaut. Bin also sehr gespannt, ob sich das dann auch cooler anfühlt, weil wie gesagt, Dragonflight-Dungeons fand ich alle nicht geil. Ging mehrere so. Als ich in der Community drüber geredet habe, waren mehrere so, dass die Dragonflight-Dungeons, die waren es echt nicht, im Gegenseits zu Dungeons von vergangenen Expansions. Gerade Shadowlands war gar nicht so bad. Vor allem Theater und so Sachen oder Freehold in BFA und so waren schon geile Dungeons. Diesmal war irgendwie alles so, deswegen mal hoffen, dass sie das da in eine schönere Richtung bringen, damit man da nochmal dann ein bisschen reinnerden kann, was das angeht. Da bleibe ich also definitiv auch gespannt. Wie gesagt, ich hoffe bei BVB, dass sie da auch noch was haben. So, jetzt kommen wir noch zum Finale, weil ich wollte ja noch ein bisschen spekulieren. Das habe ich aber mit meiner selben Spekulation habe ich auch schon im Stream einmal kundgetan. Und zwar, wir wissen, dass noch ein experimentelles Feature kommt. Das wissen wir schon seit längerer Zeit, denn es wird ja auch schon lange darüber spekuliert, was ist denn in, also in der Patch Preview, was er kommt noch, jetzt für Patches, wurde ja gelistet Time Running Pandemonium. Also Panda, weil quasi Ableitung für WoW halt. Und dann kann man da ein bisschen spekulieren, was das ist. Was wir zu 100% wissen, es ist PvE orientiert. Blunderstorm war ein PvP Event, jetzt kommt was, das komplett PvE orientiert ist. Jetzt ist halt nur die Frage, was ist das? Wir wissen, dass diese Features vom Experimental Team ist, oder sind. Das Experimental Team von Blizzard, das besteht aus den ehemaligen Devs von Spellbreak, deswegen wahrscheinlich auch Blunderstorm, weil das so ähnlich auch war, aufgebaut war. Und das gibt es ja erst seit Kürze. Und die versuchen, Features einzufügen, die was so noch nicht unbedingt den WoW kennen. Also wirklich mal neue Dinge. Also nicht einfach, da hast du ein Daily-Gebiet, geh da hin, mach 10 Dailies, krieg einen Reward oder so. Sondern mal irgendwas anderes. Und deswegen habe ich die Mega-Spekulation davon, würde mich eure Meinung dazu auf jeden Fall interessieren. Und zwar, Pandemonium. Was könnte Pandemonium sein? Man kann Pandemonium-Definitionen googeln. Pandemonium kommt aus irgendeinem Buch oder Novel oder sonst irgendwas. Und es beschreibt die, es beschreibt die Hauptstadt der Hölle, wo die größten Übel einher wohnen. Jetzt könnte man davon halt ein paar Sachen ableiten. Meine persönliche Ableitung ist, dass das Feature eventuell eine Art Boss-Run ist. Das heißt, wir kämpfen dort gegen Bosse aus vergangenen Expansions, aber nicht selber als Spieler innerhalb des Fights. Also jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt müssen wir kurz ein bisschen aufpassen und folgen. Was meine ich damit? Wie gesagt, das ist nur Spekulation. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder so. Aber was haltet ihr davon? Wenn wir uns in einer Art Boss-Arena befinden, in verschiedenen, wo wir an dem Kampf teilnehmen, stellt euch vor, immer so ist Kampf in Siege of Orgrima. Großer Kreis, Wasserboss in der Mitte und man kämpft gegen diesen Boss, aber man kämpft nicht selber, sondern man sieht dort drinnen eine Gruppe von 20 Spielern aus NPCs, also aus der KI, die diese Bosse gerade spielen. Und jetzt bist du nicht aktiv am Kampf daran beteiligt, sondern deine Aufgabe ist es, innerhalb des Kampfes Mechaniken zu safen als Art Geist, der dort drinnen unterwegs ist, um eventuell dafür zu sorgen, dass diese NPC-Raid-Gruppe nicht wipet, weil sie vergessen, gewisse Mechaniken zu spielen bei verschiedenen Bossen. Und umso besser du das machst, umso besser eventuell der Reward, den du da drinnen kriegen könntest. So in der Art stelle ich mir meine Spekulation Nummer 1 vor, dass das halt, wie gesagt, das Experimental sein soll. Müssen wir halt ein bisschen so out of the box denken, was hatten wir halt mehr oder weniger momentan noch nicht. Das ist eins der ersten Dinge, was mir eingefallen ist, dass man da halt so von Raum zu Raum verschiedene so Nostalgie-Encounter sieht, wo man dann halt hilft, dass man diese Bosse besiegt und da jetzt mit rumfetzt halt mit denen. Jetzt passt das vielleicht nicht ganz zu dem Data-Mining, was wir bisher hatten, denn wir hatten zwei Sachen von Data-Mining, die bisher noch nicht live gekommen sind und auch Blanderstorm wurde tatsächlich schon vorher gedatamint, das haben aber irgendwie sehr, sehr viele verdrängt. Und zwar, wir haben zwei Data-Mining. Nummer 1 ist, wir haben gewisse Items gedatamint, das heißt, das sind halt Gegenstände, die irgendwo in den Spieldateien sind und eventuell für was hergenommen werden. Diese Gegenstände sind sehr merkwürdig, denn die haben keine Stats, also die haben keine Int oder Ausdauer oder Vielseitigkeit, Mastery, sondern die haben irgendwelche gewissen Sachen, die dich irgendwie langsamer machen, also was deine Bewegungsgeschwindigkeit verringert. Time Running, vielleicht nimmst du dir das zu wörtlich und du bist irgendwie so mit einem 1000% Speed unterwegs, musst dich irgendwie runterslouren, weil du nicht aufhören kannst zu rennen oder so, vielleicht nochmal in den Boss-Mode zurückgedacht, vielleicht kann man nicht aufhören zu rennen, weil dich irgendwas verfolgen will und du musst aber dafür sorgen, dass die nicht wipen, währenddessen du verfolgt wirst, musst gewisse Items oder so tragen oder kannst du equippen, die dir dabei helfen, dass du gewisse Encounter besiegst oder so. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dann haben wir noch was gedarter meint und da geht es halt dann zu einer komplett anderen Spekulation über und zwar gab es einen Mode, der gedarter meint wurde und der ist aufgebaut wie Vampire Survivor. Ich habe das persönlich nicht gespielt, deswegen kann ich euch dazu jetzt auch nicht viel erzählen, aber das ist literally in den Dateien gelistet als World of Warcraft 10.2.5 war es noch gelistet damals, weil es aus den Dateien rauskam, mit Vampire Survivor und das war ja mehr oder weniger ebenfalls ein Spielmodus oder ein Spiel, das es ja schon gibt, also vielleicht haben sie sich wie beim Battle Royale Genre ebenfalls nochmal an dem Genre bedient, dass sie da nochmal irgendwie einfügen wollen, aber warum dann die Ableitung mit Pandemonium, das ist eine andere Frage, wobei Vampire Survivor zusammen mit der Hölle, maybe würde auch das passen, vielleicht irgendwie so ein Mops Schnetzel Ding, hm, das Einzige, was ich will, dass man das tatsächlich mit seinem Charakter macht, wo ich ein bisschen Angst habe, dass sie das wieder nicht machen, dass man quasi wie ein Blunderstorm gar nicht seinen eigenen Char spielt, sondern irgendeinen anderen Charakter, der quasi nur für diesen Mode ist, wo man sich dann irgendwas freischalten kann, das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich würde das schon gerne so irgendwie mit meinem Charm machen, auch wenn ich dann im Nachhinein nicht unbedingt Abilities habe, aber wäre schon irgendwie cooler, wenn ich da halt mit meinem Charakter dann hingehen könnte. Das sind mehr oder weniger die Sachen, die wir momentan wissen, jetzt haben wir nur noch das letzte, das allerallerletzte Thema und das natürlich die Alpha für The War Within scheint zu starten, der Server wurde nämlich jetzt mehrmals geupdatet in den letzten paar Tagen, also der interne Test-Server, da gibt es ja auf Twitter den Algalon-Bot, der jederzeit Bescheid gibt, wenn da sich irgendwas tut und der wird gerade die ganze Zeit geupdatet und manche munkeln, dass in Kürze die Alpha startet, entweder diese oder nächste Woche, ich tippe persönlich auf nächste Woche, also die Woche vom 8. bis 14. irgendwo, dass sie dort dann eventuell das ein oder andere Wort drüber verlieren. Alpha ist natürlich eine geschlossene Gesellschaft, das heißt Alpha ist meistens für Creator als auch Presse, das ist meistens dazu da, um ein bisschen Hype aufzubauen, als auch halt da die ersten paar Dinge zu testen. Bei Beta wissen wir ja bereits, Beta kriegt ja dann jeder, der da Vorsteller war, man kann aber nach und vor einen ganz normalen Invite kriegen, wenn man sich registriert hat auf der Ding-Seite, also wenn man bei den Einstellungen im Battle.net glaube ich war es, oder nicht im Battle.net, auf der Webseite glaube ich, konnte man irgendwo so Interesse für Beta World of Warcraft auswählen und dann hast du natürlich trotzdem die Chance, dass du da reinkommst. Die Priorität liegt meistens auf Leute, die halt gewisse Art von Content spielen, je nachdem was gerade getestet werden, wenn jetzt Dungeons getestet werden, dann inviten sie halt mit Priorität Leute, die aktiv Dungeons spielen, also Mifig Plus und so weiter, BVP dasselbe, Raiden dasselbe und Open World natürlich dasselbe. Gehen aber trotzdem auch immer random komplett Invites raus, für den einen oder anderen. Das heißt, jetzt wird es natürlich interessant, wenn die ganzen Testphasen starten, rund für World of Warcraft, wie es weitergeht und die ganzen neuen Features, die wir am Start haben. Jetzt allerdings lassen wir es erstmal gut sein mit dem Priester, ich komme echt nicht recht vor da beim Leveln, es tut mir wirklich leid, ich versuche mein Bestes. Ansonsten wie immer, vielen, vielen Dank fürs reinschauen bzw. zuhören. Wenn ihr Fragen habt, können wir jederzeit entweder gerne unten in die Kommentare schreiben oder alternativ auf dem Server Rexxar oder Lairian Charakter stellen und einen Brief an Community-Rexar schicken. Vielen, vielen Dank fürs reinschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video im Livestream. Bis dahin, haut rein, ciao.